Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Postkarte. Das Zwanzigteam hat heute ein Tutorial für dich zusammengestellt, in dem du ganz einfach die Postkarte versenden kannst. Mach doch deiner Oma oder deinem Opa oder deinem Grossi oder deinem Grosspapi eine Freude und schick ihnen wieder mal eine Postkarte. Wie das geht, ist ganz einfach, du siehst es gerade jetzt. Lass den Postcard Creator herunter. Mach das auf und dann kommst du zu folgender Maske. Hier siehst du, dass du einmal in 24 Stunden eine Postkarte erstellen kannst. Wenn du auf Bild auswählen klickst, kannst du in deiner Datei irgendein Foto auswählen, das dir gerade passt. Am besten das. Das ist jetzt das Bild mit einer niedrigen Auflösung, aber das macht zum Zeigen nichts. Du kannst es noch ein bisschen hin und her schieben, dass es so ist, wie du dir vorstellst. Du kannst es auch noch drehen, das Bild. Und dann kannst du oben rechts auf Weiter drücken. Hier kannst du deine Nachricht erfassen. Drück dafür auf Nachricht erfassen und schreib den Text, den du willst, in das entsprechende Feld. Du hast nur eine limitierte Zeilenanzahl zur Verfügung. Dann schreiben wir mal. Auf Wiedersehen. 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 dann am Schluss noch die AGBs anklicken, damit du ihnen zustimmst und nachher kannst du die Karte gratis an deine Oma, dein Grossi, dein Opa versenden. Viel Spass beim Freude verschicken und danke vielmals fürs Zuhause bleiben.